So, da sind wir noch bei einer Extra-Folge von The Awesome Adventures of Spirit. Äh... Was? So, da sind wir noch bei einer Extra-Folge von The Awesome Adventures of Captain Spirit. Ich wollte noch eigentlich das Handyspiel spielen, das es hier so gibt. Ähm, nach ein bisschen Rumforschen und so weiter, habe ich gesehen, dass der Code eigentlich recht unknackbar ist. Wenn ich das richtig verstanden habe, muss man Hot Dog Man... Ah, ich habe ein PIN-Code. Was ist das? Hot Dog Man, so gesehen, auf dieser Tastatur hier schreiben. Ähm, also anhand von den Buchstaben. Was ja mal echt der crazy ist. Ich habe mir das Ganze jetzt einfach mal herausgesucht. Ähm... Nice, gut. Hat geklappt. Also, wirklich... Sehr schwierig, dass man das irgendwie herausfindet oder dass man auf diese Zahn-Kombination kommt. Vor allem, dass PIN-Codes eigentlich immer viel spätälig sind, aber... Ja, egal was sonst. Hot Dog Man Mustard Party 2. Okay. For was? Ähm... Ähm... Damn you barbecue! Okay. Interessant. Interessantes Spiel. Oh crap. Komm. Okay. Nur ein bisschen drücken macht hier schon mega viel aus. Ah, shit. I suck. Boah, das ist mega schwierig. Ich frage mich, ob die Packung auch leer geht. Also, dass wir irgendwann keinen Cent mehr haben. Shit, habe ich nicht mitgenommen. Alter. Boah. Boah. Das ist mega schwierig. Ja, ich bin der Hotdog-Master. Ich brauche noch mehr Punkte. Shit. Holy Shit. Oh. Schaffen wir die tausend? Oh nein, Scheiße! Ich glaub das reicht. Gut, lassen wir das. Das Spiel ist mega schwierig. Genau, das haben wir jetzt auch abgeschlossen. Was wir sonst auch noch haben ist eigentlich die Waffe hier, aber die können wir jetzt nicht mehr gebrauchen. Okay, nice, haben wir jetzt auch abgeschlossen. Das Telefon können wir auch nicht mehr gebrauchen, schade. Ansonsten gibt es, glaube ich, nichts mehr anderes zu machen. Nee, ansonsten hätten wir, glaube ich, alles. Hm, ja. Eine, die Karte. Genau, die Karte. Haben wir denn... Hä? Entschlüsseln. Zeit für Captain Spear, diese Pfeife zusammenzulassen. Warte, was? Vierstrich. I have to place it right. Aha. I have to place it right. Hä? Soll ich denn wissen, wo... Wie, was? Ah, rotieren kann man das Ganze auch. Also, warte. Hier ist eine Zwei. Drei, vier. Ich check's nicht. Hä? Es ist ja klar, dass wir irgendwie was... Was ist das? The treasure map is not secret anymore. It's mine. Okay, the maze of doom. Hinter der... Hinter den Steinen. Äh, okay. Dann gehen wir mal raus. Und schauen uns an, ob ich irgendwie noch was finden kann. Und dann. The maze of doom. So, da hinter eigentlich. Ich bin nicht sicher da draußen. Ja, dad. Ich weiß. Was ist das Maze of Doom? Oder was soll uns die Karte sagen? Hier rein kann ich ja nicht mehr. Hm. 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 Looks like we had a visitor. Okay, das war das Geräusch offensichtlich. Aber sonst ähm. Ja, das könntest du. Okay, war's bloß ein Hinweis auf das Maze of Doom? Oder wie soll ich das jetzt deuten? Denn hier kann ich nirgendwo was machen. Und das scheint also zu sein. Hm, ja. Gut. Gut. Es tut mir leid, dass wir nicht diesen Landingbay so viel benutzen. Es ist so cool. Muss wohl einfach das gewesen sein. Denn ich sehe da nirgendwo was. Und das wäre irgendwie äh. Finken könnten. Sorry, you're too cute to fight evil. Das ist so cool. Ja. Das war das Geheimnis. Gute. Ja, gut. Dann gibt's hier nichts mehr für mich zu machen. Schade, schade. Okay, Pantoffeln. Those Superheroes should wear those. But they're so comfy. Gut. Ja, wenn das so ist, ähm. Let's play the music and hop on the bed. Mom and Dad would always let me sleep with them whenever I got scared. Gut, dann hätten wir wahrscheinlich hier alles. Ich weiss nicht, äh, was ich sonst noch hier machen kann. Eine zweite Episode gibt es glaube ich auch nicht als Standalone, wenn ich das richtig gesehen habe. Müsste man das in Life is Strange 2 äh, äh, weiterspielen. Und daher mal schauen, ob es soweit kommen wird. Somit nochmals vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Let's Play. Äh, es war wirklich ein sehr schönes Spiel. Kann ich echt jedem empfehlen. Kurze zwei Stunden oder irgendwie so um den Dreh. Kann man nichts dazu sagen, ähm, recht schön. Somit vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal wieder mit einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Tschüss. Tschüss. You won't track me to your door. And I won't see you no more. Tschüss. 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 Movefleisch. Hmmm. ja,